Hi Leute, was geht ab? Ich bin zu euer Zeidachst. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Bayern gegen TSG Hoffenheim. Das wird ein Spiel. Auswärtsin in Sinsheim. Der erste gegen den 13. aus Sinsheim. Die Bayern haben eigentlich schon die Meisterschaft. Ja, echte Gastfreundschaft. 13 heimgespielte 13 Watte. Hoffenheim hat 5 Niederlagen. Anstoß für Hoffenheim und los geht's für Hoffenheim. Direkt mal der Einwurf für Hoffenheim. Fabian Scheer. Einwurf Bayern. Ribery, Müller, Soloi, Rudi, Kramaric. Andrej Kramaric, Kimmich, Köpfte, Ball weg. Kevin Vogt. Lewandowski. Lewandowski. Hat im letzten Spiel kein Tor geschossen. Aber vielleicht in diesem Spiel hat er mehr Glück. Radoja. Jerome Boateng. Arturo Vidal. Lewandowski. Robert Lewandowski. Pichacic. Und Lewandowski. Lewandowski. Lattenkreuz. Und Ribery. Er will auch nochmal das Tor. Danilo. Klärte Ball. Kimmich. Müller. Und Lewandowski. Foulspiel an den Polen. Und es gibt Freistoß für die Bayern. Lewandowski. Darf diesen Freistoß schießen. Ey Mann. Lewandowski schießt das als sehr schwache Freistöße. Pirmin Schwegler gegen David Alaba. 16. Minute. 1 zu 0 für Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach. Und jetzt. Fehlpass von Thiago. Und Gerold Boateng. Der kommt dann mit seiner Gretche. Rudi. Radoja. Manuel Neuer. Lewandowski. Und Sola. Manuel Neuer. Und Sola. Manuel Neuer. Mit dem Kopf. Doch er trifft nicht. Vidal. Ey Lewandowski. Komm doch. Leveri. Widal. Leveri. Widal. Leveri. 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 Deutscheort. Fä脂 Edelma. Leveri. Leveri auf Müller. Foul. Ich gebe die gelbe Karte für Sebastian Rudi. Hummels, Tiaro, Baumann, Alaba und jetzt Frank Ribéry. Ribéry, Baumann zu Sebastian Rudi, Pirmin Schwegler, Lewandowski, Danilo, Ardoja, Soloi, Langebei auf Grammaritsch, Kimmich mit der Grätsche und er holt sich den Ball. Arjen Robben, Robben sprintet weg. Bikacic. Eine 40. Minute, 1 zu 1, Dortmund gegen Hamburg. Und Robben. Arjen Robben. Und Kimmich holt den Ball diesmal nicht. Und Manuel Neuer. Sebastian Rudi, Adam Soloi. Das war doch kein Foul. Mats Hummels kriegt die gelbe Karte. Alaba, Ribéry und Lewand. Ah moin. Halbzeit, es steht 0 zu 0. Warte. Alles klar. Und Arjen Robben. Robben. Polanski. Grammaritsch. Pirmin Schwegler. Und Jerome Boateng. Ey. Baumann. Soloi. Soloi. Pirmin Schwegler. Und Grammaritsch. Grammaritsch. Gegen Joshua Kimmich. Arjen Robben. Robben ist schneller. Lewandowski. Sie machen einfach alles für den Polen. Und der Polen schießt aber keine Tore mehr. Radoja. Demir Bay. Soloi. Danilo. Kramaritsch. Andrei Kramaritsch. Demir Bay. Zeromaritsch. Nur Kerem Demir Bay. Zeromaritsch. Nicht gut gemacht. Polanski. Radoja. Baumann Aller Einbruch für die Bayern Ribery Allerba 60. Minute 2-1 Borussia Dortmund gegen den HSV Ey das ist doch so dumm David Allerba Joshua Kimmich Arjen Robben Robben Kimmich und Lewandowski Lewandowski verliert den Ball Ey das ist so traurig Arjen Robben Ey Die können ja nicht mal einen genauen Pass spielen Sandro Wagner Ja moin wer ist das Müller Ey Lewandowski du bist doch so dumm Mann Die anderen wächst nicht jetzt schon aus Lewandowski mal gucken wann Junge Lewandowski Hä Ich dachte ein Wurf für mich Alles klar Alles klar Ja der geht ja auch nicht mehr zum Ball Ist ja auch traurig Radoya Neuer Wer ist eigentlich dieser Sandro Wagner Wer ist eigentlich dieser Sandro Wagner Lewandowski Lewandowski Mann Lewandowski Lewandowski schießt gar keine Tore mehr für die Bayern Ich hab den grad ein ganzes Spiel spielen lassen Spielen gelassen Wenn er jetzt kein Tor schießt Kriege ich die Krise mit dem Dann weiß ich nicht ob er wieder mein Stammspieler bleibt Müller Junge Lewandowski steht immer vor mir Immer Immer dieses Problem Ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn Steh auf Lewandowski Steh auf Lewandowski Steh doch auf Lewandowski 1 zu 0 FC Bayern 31. Saison-Tor für den Polen Und Lewandowski ist wieder da Ja jetzt werde ich auch Lewandowski auswechseln Humor ist also auch im Spiel Okay 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 So Lewandowski wird ausgewechselt Kevin Vogt Sebastian Rudy Fabian Scheer Fabian Scheer Douglas Costa Kylian Kylian Mbappé 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 Und er schießt nicht das Tor Thiago bringt die Ecke Kehren dem hierbei. Alaba. Nein. Bicacic. Das Spiel ist vorbei. Die Bayern gewinnen mit dem 1 zu 0. Ja, 1 zu 0 für Hertha gegen den Borussia Mönchengladbach. 2 zu 2 Bremen gegen Schalke. Und 2 zu 2 Dortmund gegen den HSV. Nächstes Spiel ist ja gegen Dortmund. Aber da bin ich gespannt, wie gut Dortmund spielen wird. Diesmal mit dieser 11. Marco Reus gegen seinen Ex-Verein. Wenn ihr ihn zu Ela... Nein. Ah, das wird der Kracher. Ah, nächstes Spiel gegen Juventus. Das wird der Kracher. Diesen Monat ist es wirklich der Kracher. Ja, Leute, das war's mit diesem Video. Liked das Video, teilt das Video, abonniert meinen Kanal. Und ciao.